Die Bank OFENGLAND will schon Ende dieses Jahres Geldscheine mit dem Porträt des neuen britischen Königs Carles III vorstellen. Das teilte die Notenbank am Dienstag mit. In Umlauf kommen sollen die neuen Banknoten aber erst ab Mitte 2024. Das Design werde sich nicht verändern, aber statt dem Kopf der kürzlich gestorbenen Queen Elizabeth II Wird das Konterfei ihres 73 Jahre alten Sohnes darauf zu sehen sein, hieß es in der Mitteilung weiter. Die Banknoten mit der Queen bleiben gültig und werden nur nach und nach durch neue ersetzt. Bereits gedruckte Scheine mit ihrem Porträt sollen auf Wunsch des Palasts aus ökologischen und finanziellen Gründen weiterhin in Umlauf gebracht werden, teilte die Bank OFENGLAND mit. Auch von Briefmarken wird künftig das Profil des neuen Königs grüßen, wie die Royal Mail mitteilte. Wann die Marken mit dem Porträt von König Carles auf die ersten Briefe geklebt werden können, steht aber nicht genau fest. Ebenfalls aus Gründen des Umweltschutzes sollen zunächst die Vorräte an existierenden Marken aufgebraucht werden. Der Palast hatte auch am Dienstag das neue Monogramm des Königs vorgestellt, das künftig an Regierungsgebäuden, Briefkästen und auf staatlichen Dokumenten prangen wird. Es zeigt die ineinander verschlungenen Buchstaben C für Carles und R für Rex, lateinisch für König, mit der lateinischen Ziffer 3. Auch hier soll die Umstellung schrittweise erfolgen. Die ersten Briefe wurden allerdings schon medienwirksam bedruckt.